Ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day Underwater Cave of Plants von Niko358 Sammle alle roten Münzen, collect all red coins 4,54% ist die Abschlussrate Einer hat es bisher von 22 Versuchen erfolgreich geschafft 7 Leute haben es gespielt, also einer hat es heute geschafft Ein Herz hat es bekommen, das Ganze im Super Mario World Stil, klassisch Technik Let's go, viel Spaß bei diesem Video So Alle roten Münzen Mach er 3D bald, ach ich liebe es Da komme ich noch gar nicht lang Das heißt wir haben hier so ein bisschen Metroidvania mäßig alles Wir haben hier irgendeine Röhre rein Nope, kann man nicht So Ich glaube das funktioniert nicht Das funktioniert aber Schön, dass man da schon das Ziel sieht Wenn man jetzt einen Cinnamon haben möchte, dann Kommt mal 8 Münzen 8 Münzen Okay, immer hoch runter, hoch runter Dann gucken wir mal nach links Ah, ich glaube ne, wir müssen erst mal hoch Oh, hallo Bum, bum Wer hat den denn rausgelassen, den Bum um mir Gut, das hier passiert mir nix Ich habe gerade eine ganz dumme Idee Nein Ah, okay Es wäre möglich, ja Also ihr könntet eigentlich mit dem Oh, ernsthaft Okay Okay, gibt's nur Münzen Ach, Mann Nimm mal mit Ah, Mist Komm, gib mir nochmal eine Feuerblume Ja Keine Feuerblume Hier, da brauche ich wieder was anderes Da ist die Feuerblume So Oh, komm Also wie gesagt Von Bum um kann man aus zurück Ohne Probleme Man muss sich nur nicht so doof anstellen wie ich Ein bisschen Timing haben Und hier gibt's jetzt den Hammer Suit, ne Nein Achso Auch schon mal praktisch, ja Ja So was ist da natürlich nervig Das sind wir schon mal frei Richtig Ja Das kommt jetzt Nein Nein Na, komm. Na, das gibt's noch nicht. Kommt man da denn lang? Kommt man da, komm. Das können wir jetzt aber nicht erlauben. Ich muss jetzt durch. Okay. Let's try. Schön. An sich ein gutes Level, gut durchdacht. Nur, wie gesagt, es ist ein kleiner Fehler drin, wo man, ich sag jetzt mal, abkürzen kann. Ich würde ihn gerne zeigen, aber dann würde das Ganze hier ein bisschen länger dauern. Nichtsdestotrotz, an sich ein gutes Level. Jetzt werden wir aber ganz kurz zu dem Fehler kommen und uns das Ganze einmal im Detail angucken. Beziehungsweise, jetzt schauen wir es uns im Detail an. So, da sind wir schon und genau. Hier möchte ich ganz kurz drauf hinaus. Hier gehst du rein, hier gehst du raus. Springst zwar hier einmal sozusagen im Kreis. Ah, du kannst dir den Schlüssel holen. Rein theoretisch den Panzer hier. Also, du kannst es ja komplett hier austricksen. In dem Augenblick hier eine Stampfattacke machen. Mit viel Glück kommst du dann da durch, nach rechts. Du bist dann da hoch, brauchst dann nicht mehr mit dem Cooper-Panzer. Du kannst dann wieder zurück und kannst dann hier wieder, zack, auch zurück. Gehst dann hier durch. Machst ein, zwei Bomben da rein. Bist du durch. Kommst du hier hin, ne? Klar, hier sind noch 50er Münzen, wo man lang kann, aber es ist jetzt nicht wirklich etwas, ich sag jetzt mal, krasses. Ne, also, du siehst, hier ist definitiv Potenzial und damit kann man sehr viel abkürzen. Sehr viel. Ja, ansonsten, wie gesagt, nettes Level. Gut ausbalanciert, was das Ganze angeht, den Rest. Also, insofern kann ich mich da nicht beschweren. Es gibt vielleicht die einen oder anderen Sachen, wo man noch, sag ich jetzt mal, ins Detail, extrem im Detail noch verbessern könnte. Weil, ähm, der Kampf hier zum Beispiel, also, wenn du so einen Kampf machst, klar, man möchte auch ein bisschen Sicherheit haben, aber stellst dich einfach da hin. In dem Augenblick, hm, ne? Ach, da ist ein One-Up. Auch schön. Da ist ein One-Up? Auch schön. Äh, hier könntest du gegebenenfalls mit einem Shell-Jump hochspringen. Dann hättest du auch hier schon einiges an Zeit gespart. Und, ähm... Hast du dir sonst noch irgendwo einen? Ach, da guck mal, da sind doch immer noch One-Ups, also... Insofern, hier kann sich keiner beschweren, also... Finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, und ein bisschen Cheese ist ja immer lecker. Insofern sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö, 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 tschö.